Hallo, Esel. Nein, hallo Günther. Woher weiß er, wie wir heißen? Hast du zufällig Henriettes Küken gesehen? Sie sind verschwunden. Ich habe keinen von ihnen gesehen. Diese ganze Aufregung auf dem Bauernhof interessiert mich nicht. Es braucht mehr als einen Hahn, um mich zu wecken. Und wegen dem Fuchs sag ich dir, das ist bloß eine dumme Fantasie von irgendeinem Tier, das einfach nur gelangweilt ist und nicht weiß, wie es die Schönheit der Natur genießen soll. Und ich für meinen Teil, ich schreibe Gedichte.